Ja, mein lieben Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Borderlands 3 Video. Und zwar geht es heute um eine neue Community Challenge in Borderlands 3, in der die Community einen weiteren Kammerjäger-Kopf für die gesamte Community freispielen kann. Vor einigen Wochen bekamen wir in Borderlands 3 einige Community Challenges, mit denen wir uns weitere Cosmetics und Spiele spielen konnten. Während diese Challenges von unserem Saurianer-Freund Moritz ins Leben gerufen wurden, bekommen wir nun eine, nicht weniger, herausfordernde Challenge von keiner geringeren als Mr. Talk geliefert. Mr. Talk stellt der Borderlands-Community nun die Aufgabe, insgesamt 50.000 Gemetze-Runden zu überstehen und damit den neuen Dämonen-Kammerjäger-Kopf freizuspielen. Um bei dieser Aufgabe mitzuhelfen und gemeinsam mit anderen Kammerjägern an der Freischaltung des Kopf zu arbeiten, müsst ihr keine besonderen Dinge tun, bis auf ein ganzes Werk an Gegnern im Spiel umzuwägen. Dabei ist es völlig egal, ob ihr erst seit kurzem mit eurem Kammerjäger im Spiel unterwegs seid oder ob ihr ausgebildete Borderlands 3 Veteranen seid. Um insgesamt 50.000 Runden zu absolvieren, brauchen wir jeden einzelnen Kammerjäger da draußen, der eine Waffe halten kann. Ihr könnt die Gemetzel-Runden im Alleingang abschließen, wenn ihr wollt, oder aber gemeinsam mit ein paar Co-Partnern auf die Jagd gehen. Für die vom Mr. Talk gestellte Aufgabe habt ihr die freie Wahl, welche Gemetzel-Runde ihr für euch wählt. Auf dem Planeten Promethea findet ihr den Gemetzel-Tank, dessen Eingang ihr auf der Karte Meridian Metroplex finden könnt. Für den Gemetzel-Schacht geht es für euch noch Pandora, wo ihr den Eingang zur Runde auf der Karte Konrad Schacht findet. Und den Zugang zum Schlachtstern 3000 findet ihr über eine Quest auf Necrotafeo auf der Karte Kante der Einsamkeit. Habt ihr eure Gemetzel-Runde gewählt und gestartet, geht es für euch jetzt daran, 5 Runden voll immer stärker während der Gegner zu überleben, um am Ende die Herausforderungsleiste gemeinsam mit der Community zu füllen. Bist euer Kammerjäger mit einem vollen Rucksack unterwegs, denkt daran, eure Beute vorher auf das Sanctuary 3 in den Tresor zu legen, denn in den Gemetzel-Runden werdet ihr einen ganzen Berg an Beute gedroppt bekommen, in dem mit Sicherheit einige brauchbare Dinge sein werden. Denkt außerdem daran, dass der Schwierigkeitsgrad mit der Größe der Spielergruppe mitskaliert, um die ganze Sache nicht so einfach werden zu lassen. Seid ihr noch auf der Suche nach Verbündeten, könnt ihr im Übrigen gerne bei uns auf Discord vorbeischauen. Den Link zum Discord findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Zwar sind 50.000 Runden nicht gerade wenig, vor allem wenn man mal daran denkt, dass jede Runde aus 5 verschiedenen Runden mit nochmals mehreren Wellen besteht, aber ich denke, dass wir die Aufgabe schaffen werden und der Kopf bald uns gehört. Sobald die 50.000 erreicht wurden, erhalten wir einen neuen Shift-Code, mit dem man den neuen Dämonen-Kammerjäger-Kopf freischaltet. Shift-Codes können entweder auf Borderlands.com, auf der Gearbox-Shift-Seite oder aber über das Social-Menü im Spiel eingelöst werden. Also Leute, schnappt euch eure Kammerjäger und im besten Fall ein paar Freunde und startet rein in ein paar Gemetzel-Runden. Die Challenge startet sogar relativ zeitnah und zwar genau jetzt gerade, wo ihr das Video seht. Ich würde aber mal sagen, das war schon wieder an dieser Stelle mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo, um keine weiteren Videos rund um Borderlands und Borderlands zu verpassen. Und damit sehen wir uns dann im nächsten Video. Haut rein!